Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Diese Woche ist alles ein bisschen anders, was die Streams betrifft. Heute, der Donner-Stream, findet nicht statt. Dafür gibt es morgen einen Freitags-Stream außer der Reihe. Und das bedeutet, wir setzen ganz einfach Jagged Alliance 3 fort. Das Spiel macht einen Riesenspaß. Wir haben die Startinsel zurückerobert und werden jetzt aufs Festland übersetzen und damit in ein Gebiet, das ich quasi noch nicht kenne. Also ab jetzt ist es Neuland. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Wie gewohnt starten wir mit einem Whisky-Tasting am Freitagmorgen 20.30 Uhr auf Twitch. Und dieses Mal, jetzt muss ich es auch in der Kamera halten, wenn ihr dabei seid im Tasting-Circle, ist ein Talisker-Storm dran. Es wird also rauchig. Ich freue mich drauf. Seid morgen dabei, 20.30 Uhr auf Twitch, falls ihr nachholen wollt. Ab heute Nachmittag ist auch der zweite Teil auf Steinwallen Uncut von Jagged Alliance 3 zu sehen. Aber man kommt auch wirklich gut rein ins Spiel. Also das ist kein Thema. Wir sehen uns. Bis morgen. Macht's gut. Euer Steinwall.